das ist und das ist nein ich will ich den selben stecken wer ist das denn ok heute einfach mal halt wirklich stream weil ich habe lange jetzt nicht mehr wirklich stimmt auch die turniere gibt es nur ich würde jetzt halt turniere machen aber halt nicht ein team also aus ob einer kommt halt rein aber ob die mitspielen würde ich glaube nicht ja stimmt ich wollte die trotschaft spiel ich ganz sicherlich schon ein 3 gegen 3 man gibt es irgendwas was nicht dagegen das sind sie was 2 gegen 2 ist es hier soll ich das schluss man es zu spielen Boah, okay. Einfach heute mal ein Rocket League Stream. Was gay, Digga? Wer bist du überhaupt? Wieso gay? Achso, okay. Ich dachte schon so, hä? Wieso gay? Wieso gay? Wieso gay? Okay, komm. Son Goku. Marsha, Digga. Einfach ein Son Goku wohl. Okay, da eine wollte mich halt kurz... Okay, ich würde gerade... Ja, Son Goku hat mich einfach gerade finiszt. Ah, fuck. Oh. Ja, okay, ich hab jetzt schon verkackt. Mom. Irgendjiff. Ah, oder? Dann wieder verlassen. Ich werde verlassen, wenn es schon... Let's go! Die ist das erste Teil. Klauert mein Boost? Scheiße, hören die mich? Mann, wie oft will ich noch... Ja, warte, Sam. Mit übergezogen, let's go. Okay, ich bin kurz in den Kompel in die Richtung. Mann! Haha, los! Aber auch nicht. Verdammt. Mann, was machst du eigentlich, Mann? Oh mein Gott, nein, pass auf. Oh mein Gott, nein! Ja, ich hab ihn! Oh mein Gott, was für ein Safe. Ah. Ah, ich hab halt keinen Boost. Das ist so schlimm. Aber halt gar keinen Boost hat. Oh mein Gott, ich dachte, er wäre sowas von ein Stock. Ah, Flamm. Wenn du's... Ah, Flamm, Digga! Alter, okay, gut. Ich hab hier... So Alto da! Der Fischjär. Weil ich auch in der firefighter... Ich hab noch nicht gekleppt. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ich hab noch nie... Das ist so schlimm. Und so schlimm. Aber das ist so schlimm. Und so schlimm. Dann wami für dich. Säber mich mal aus. Ich bin der Fischjärger. Ich weiß wie ich das nicht. Wie soll ich dir das nicht wahrnehmen? Den Wettbewerbender. Säber der Fischjärger. Was machst du? Mal sehen. Okay, jetzt habe ich die Jeet-Kanone. Komm, ich treffe ihn einmal. Der Ball ist. Okay, er hat es nicht mehr. Ah, okay, ich glaube nicht. Nope. Nicht so einfach. Kann man die Tür mal so machen? Ah! Keine Sorge Leute, ich jeet ihn schon weg. Wortwörtlich jeet ich ihn weg. Oh mein Gott, er hat mich gejukt. Nein! Nope. Ah, sch... Ey, lass mich mal streamen. Ich will einen Ruhe streamen hier. Was? Ich will einen Ruhe streamen hier. Entschuldigung, Model. Ja, Schatz, was denn? Sorge mal. Das ist Spaß. Äh... Da unten, ja. Da unten. Den Weg passen. Ja. Okay. Hä? Ich dachte, da war drin. Oh. Auflagen. Ah, das war. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war mein Vollgas. Deine Vorgang. Ah. Ah ich hab den Pixel feuer. Gut. Äh... der Künftel der Gedanke dass diese Person hat wirklich einmal im Menschen über eine Person ist es das und die und aber meinen Satz endlich mal es aber so ein bisschen dauernd die man kann nicht hier zu machen wenn man rausgeht das ist so ein Ding ist Geschwister oder halt Eltern nicht können bei Ausländern meistens zum Gokob ist halt zu viel geklebt gekleppt ja mein Türken hier wie man sieht wir sind nicht in wie sie meinen in anderen mit Arme schiebt sie bieb die Barme schiebt Arme schiebt sie bieb die Barme schiebt um nein er hat schon mann ich hab halt was macht ihr eigentlich man was denkt ihr wie ihr seid was bist du wer du denkst was denkst du wer du bist nein wer hat mich geswitcht Möhr macht ein Torjörn jetzt kommt es doch ich bin ja da wo ich letzte Play und und oh mein Gott hat nämlich hoffentlich nicht mal ok da war das wirklich voll für dich ok ich dachte okay so dass man wieder ich dachte ich treffe so nein scheiße ich dachte du wärst da oh mein gott oh mein gott nein ich konnte den perfekten machen ok 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 direkt ich wieder muss mich die ganze 999 die gab wieso hätte ich halt auf hat schon jungen 999 oh mein gott oh mein gott ach du heilige scheiße nein ich bin sehr unangewöhnt youtube sorry für den vollen buchstil auch gott oh gott oh gott ist ja schlimm verdammt oh mein gott als ob wir nur ein tor gemacht haben muss jetzt halter jo das ist overpowered herriger jetzt machen sie gleich ein tor oh mein gott oh mein gott nein hol den scheide 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 genau man du kannst egal egal ist egal da geht mal auf eurer seite kurz oh mein gott oh mein gott ich hatte den fast gehör geh mal weg bruder alter ja ok muss jetzt nicht sein wir machen die alle sollte sich ich könnte hin man oh mein gott als aber da gar kein boos oh mein gott alter okay der glaubt doch nicht so die ganze zeit den büsten gerade mal so getatscht nein mein gott ich dachte er hat in diesen kasten halt manchmal ist zwei stunden manchmal eine stunde und ja halt verschieden oh mein gott so kurz gut aufnehmen junge lasst doch los man ja jetzt haben wir verkackt nein darf ich den boden berühren nein gg gg er hat wirklich spaß gemacht alter von heimahl Da kommt. Ich werde das kurz geben. Abnehmen. Das war's für heute. 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 oder vielleicht auf Twitch wenn ihr auch auf Twitch Pass Stream sehen wollt einfach das ist nicht Bock zu unterschließen sondern vielleicht endlich mein Name sogar ich bin mir nicht sicher ob es geht irgendwie aber es halt geht ja unterstrich 5 7 mal für Kassel wir sich jetzt hier meinen Namen geändert haben auf YouTube weil halt ich will nicht die ich will nicht so was jetzt mit meinen alten besten Freund zu tun hat es sind so persönliche Sachen ich sag's jetzt nicht hier auf streamen und so weiter weil naja sonst wird er sich ja den Stream sehen ich weiß er ist noch abonni zu diesem Kanal und ach wer das Video sieht halt oder nicht schon als später an sieht wird er dann sicher kommentieren oder mich anschreiben oder er sein Bruder schreibt seine Mutter was soll man ja wie sagst du das gesagt ja klar weil ich hab keinen Bock auf seine Mäckerei also er merkt nämlich zu viel okay das heißt was sie sagen weil es du schon du bist im Gesicht ich kann sie jetzt nicht sagen weil ich auf YouTube Streamer und YouTube wird mich umbringen wenn ich ein so wort sagen und äh ja ich hätte eigentlich die jetzt ins Gericht hätte ich ein weiteres Gericht geschlagen oder Schweinefleisch und wieso habe ich jetzt eine ohne Schweinefleisch die Leute die nicht checken was hier ist ja ich schon du schon an die B also die Leute die halt jetzt mal Streams hier auf YouTube mal gesehen haben also öfters jetzt und sich fragen ja wie das du schon nicht da blablabla wir haben halt bief aber welches bief biefi oder biefjurky was findet ihr besser Jacklings biefjurky oh mein gott dieser helle Stimme nigger nico asatware grata endlich einmal dass mein Bruder die Tür zu machen nachdem er reinkommt danke danke lieber gott man ich hab halt keinen bock die ganze zeit im hintergrund man hört so die Leute die gerade bei uns rüber sind und ja also ich hab kein bock ist ich glaube ich stream heute mal für zwei stunden oder so zweieinhalb stunden mal sehen wie lange ich stream heute vielleicht in der stunde vielleicht aber es ist okay sicher eine stunde ich will mal schauen ob ich sch Beckham ich sie sie ich glaube ich will nur kurz über stellen zu dass ihr halt auch ein kontext aber ich weiß wie nicht noch weil man so weiche maintain von euch ich das weiß ein f outer dann hat mir die Kommentare und sagt mir scheid so wie man das macht ich spotify vielleicht ich schon später im Hintergrund so Spotify Musik an einfach so Prozent versuch ich versuche ihn anzurufen und mal sehen ob er mit mir streamen will oder wenn wir zocken also wenn ich kurz nicht mich bewege oder sowas dann was der ja ich gufte also ich ruf ihn gerade einmal aber ich bewege mich nur ein so nach hinten vorn das ist das ist gut das ist die Handbremse ja damit kann man driften man hoffen dass er antwortet ich drifte die gerade so komisch rum das geht nicht so gut mit einer Hand ja also antworten kann ich kurz mal ich werde so versuchen um ihn so herum zu driften oder so ganz knapp halt zu driften ich werde so versuchen um ihn so herum zu driften oder so ganz knapp halt zu driften oh mein gott vielleicht schrie mich später grenzen ist nur einfach mal so zum ich weiß ich halte das gefühl die ganze durchgedrückt gas halt aber ich dachte ich drifte so knapp an dem wobei das ist manchmal sieht es aus als ob ich auch nein 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 okay nein du gehst nicht jetzt mal ins Tor kurz warte ich reset einfach kurz mal und ich drifte mal so ganz so kurz rum komm so nah wie möglich das ist halt Max Max da waren der Rock die Euro Epic Games Physik sind manchmal einfach man kann einfach nicht Prozent unter dem Ball so gehen obwohl man halt niedrig als dabei ich könnte dann locker noch der ich könnte dann locker noch drunter ein bisschen man geht ja nicht ja ich bin ich bin das Teil geht es auch mit oh mein Gott ein Power Drift ein Boost Drift ich halte noch in diesem Kreis hier einfach äh initial deco zu werden er ist das ist dann oh mein Gott oh mein Gott das sieht aus wenn man mit einem RX7 oder so jetzt halten ein Power Drift macht im fünften Gang oder so driftet oh mein Gott salto ich wünschte die hätten mehr realistische Autos ich finde es ist voll langweilig mit einem halt so realistischen Auto ja geht es nicht ein denn das ist eine Schussautorbehalt fast neun danke wenn man ein ich habe ihn gerade noch geholt was die Tür kann man nicht zu machen in seinem Weg ich komm mal ein signature move den mein freund immer früh gemacht hat oh okay der war da war ein bisschen anders hatte ich bin mal erzählen wie hab ich ihn gemacht das war in der arten das war einfach ein Mastiflick was ich hier gemacht hat klipp dass jemand irgendwie yo ein Mastiflick einfach kann ein Affina allerdings eine Fieberflicks oder wer man hieß das war keine Ahnung wie er hieß man das jetzt so neu ist wegen Affina so eine Rocket League Playerin und halt einfach Mastiflick habe ich gerne mal okay das war nicht der Beste Mastiflick den ich ihm jetzt gemacht habe aber das ist krank gewesen gerade ich wollte es irgendwann mal klippen also wie gesagt klipp im Hals ja West Virginia take me home country road country road take me home to the place I belong ich habe noch mal mein freundes anzusehen mal sehen was du sagst oder habe ich überhaupt antwortet aber leise nicht was was du sagst komm ich versuch mal ich nur anzusehen ich will nicht sechs in der facecam Komm! Komm! Pip, pip, pip! Komm, was du mir immer so an? Komm! weiß ich was er sagt jetzt steht nur anruf warte fügel nein ich wollte nicht nein ich wollte nicht den salzumachen jetzt kriegen wir es okay whatsapp halt und ich glaube ich werde mich nicht zeigen richtig okay aus natürlich werde ich bloß machen auf diesen kanal vielleicht mal sechs langen kanal für blogs aber ist schon mal mehr als eine halbe stunde fast 40 minuten es sollte ich warte jetzt einfach mal kurz bis jemand noch mal reinkommt ich weiß es ist schon mehr zahlst Du bist schon mehr zahlst Du bist schon mehr zahlst so sind du bist coming soon based on games minecraft im als ob minecraften vielmals five nights at freddy's nein er ist noch nicht wusste aber zwei und schaltet detective pikachu 2 minecraft wird also einen film haben ich habe es jetzt gesehen also ja kratzen gegen mann wo kratzen nicht gewonnen da war ich ein bisschen ich weiß nicht korte aber halt das sind so gesagt halt so gesagt nach dem land her aber ich bin schlecht gefühlt wo halt sie nicht geschafft haben um was zum teufel machst du nebenarmen zum wieder wo du es der pro oder was okay nein ich will sie wissen ich habe einfach so xp bekommen was zum was zum fake waffe tickt dort berück dich mal aber so krassen waffen schon schwer fahr mit legos digga äh ok sag mir bitte das ist ein burrito ich habe mir spät damit kaputt rau Hi Fox, ready for a racing snack? Uh, where are your wheels? Right, I did do that. Okay, okay. First of all, we need to give you something a little bit more better. Woah, dude, you do look awesome. So you ready to race? I don't know, what do you think, Thomas? Are you ready to race? He's ready. Help! 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 Am I stealing your lunchbox? Naruto edition. Naruto probably got ramen in his shit. Okay, let's move. It was a great way to get my favorite. Oh my, my boy. Oh my, I like four! Hebrews 6 iy 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 One day, a lớp dan insta'i id Ich muss mal das Lied finden, Mann. Wie heißt das, Mann? Ein Sound, ja. Ah, wohl bis ein Unipol sind. Mit Copyright Straten, nicht dafür bitte. Ich mag das so sehr viel, denke ich. Das ist ein Unipol. Das ist ein Unipol. Nein. Nein! 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 What the fuck ist das? Wieso ist das mit meinen Favorites? Hör auf meinen Tisch... Hör auf meinen Account... Jetzt hat mich der war auf meiner account Nein Das ist mal interessant Danke sein Ich gehe für den Niiiit. Ich kann mich für den Bester mit dem Niiiit. Hey, hey. Do-do-do-do-do-do-do. Yeah, yeah. Do-do-do-do-do-do. Nein. Ich railroad, meine Figuren, ich werde Gingrich Naus. Du da, y'all. Nein, 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 nein. Nein. Ice Ice, lemonade, my neck was dripping Ice Ice, lemonade, my neck was dripping I don't like the rock style Nein Ich bin zu einem Mittagent Ey, nehmen oder die Pane? Ja Was ist das? Nichts Was ist das? Get back W´tir ist diec? Na, nachdem ich erst einmal Was ein Schaffel Will ich ein nugget gete? Ja, ein Isto wieder Was ich mit ein nugget? Ein, irgendwas Ich kann mich mit ein nugget Ich habe nicht das Nikolai! Nikolai, oder? Wurde ich zu Pizzi oder Nugetze? Salama. Nein, Salami. Nein, Salami. Nee, Panze! Pizzi oder Nugetze? Nein, Knar vacs. Nein. Ich habe einen Nuggets, aber ich weiß nicht. Begging Begging, begging you Put your lovin' in now, baby Begging, begging you Put your lovin' in now, baby Put your lovin' in now Can you turn the light off? because I don't like and if you call and if you call me rervy Yep. Hey, get up! What, what's happening? We need to go to the bagel shop. What? 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 Daddy, hello, Daddy. Nein. I, 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 I can buy you, no, 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 no. Okay, my jam. Ah, Akil-ki-san, it is that new stage here. I will have you to be alarmed, not so become just? My life's ready to lie to go to the House of Wren and Daddy, That doesn't matter, keep us at home there's a pleasure here. Once more, I DRUG das war einfach mal schauen was für eine main links schien sowas zu sagen ganz einfach gesagt kurz ist einfach stehen sowas zu sagen wegen dem neuen ein loop eine stunde lang dass die krabbe lernt mich wieder wenn ich mich ja so bluetooth teil habe ich bin ich blut zu farb ich hier okay mach mal ein bisschen leise machen wir stehen so zu sagen war das das jahre das war das hier wie die speaker war das was machen wir nicht schon so sagen wir machen wo sind wir das Is das knapp? Ich bin sehr viel Ich tröne meistens Ich bin bis zum Spannung mach mal openings erweitens mal einfach mal rennen 100 legendary anime openings angeblich mal sehen ob das wirklich was bitte wie oft muss ich jetzt eigentlich sagen copyright strike mich nicht aber es ist nur kurze ausschnitte davon oh mein gott ja jonas wir machen zu spotify ich bin ich will nicht das ich bin der beweis für es gibt keine Oh! Oh, verdammt! mein Bruder hat einfach Monopoly ganz drüber geschüttelt Oh mein Gott, das ist gut. Rappen. Ab jetzt sind wir da. Ein Merus, die neue Generation. Wir gehen international, unsere Fans rassen aus. Ich hab's euch versprochen, doch jetzt seid ihr dran. Merus, wie war es? Hallo, hallo, hallo. Baby, face show. Der kleine Klaus, die jetzt deine Show. Hul mir deine ganze Generation. Doch mach mir nicht auf. John Club. Wamm, 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 wamm. Hier, hier kommt die Greener-Zermee. Ich bin nachts im Kaffee. Wenn du gehst, wie immer du sie mitziehen. Sie im Kirch rein in die TV. Ich hatte mir mein Haut ausgeliebt. Kaffee ist verkauft und etwas verschiebt. Kaffee ist Lech. In meiner Hütze nie ist Kalle. Hier ist die Vollzeit, man auch nicht lässt. Wachen dich gern, aber hinter dir lässt dann sie scheiße. Hier musst du dich beweisen. Zuheißen, alles zerreißen. Standhaft bleiben wie Mike Tyson. Ein Herz auf Stein. Körbe wie Kobi Breiters. Weiß muss rein. Show rein. Gib mir die Lila-Schein. Alles dafür, das machen wir nie wieder. Fangen. Mach nicht auf Krieger und Reit. Sonst aber leicht den Krieger. Nie damit bleibt. Meru-Banditen terrorisieren. Niederweiß, du würdest gegen Zero verlieren. Brennen sich schnell, dass du denkst, sie könnten sich teleportieren. Von Green Yards. In die Charts. Jetzt im Metal Superall. Ich hab's gesagt. Bravo. Green Yards. In die Charts. Jetzt im Metal Superall. Ich hab's geschafft. Bravo. Green Yards. In die Charts. Jetzt im Metal Superall. Ich hab's gesagt. Bravo. Green Yards. Ich dachte, der hätte noch das geil geholfen, aber... Ich hab's nicht. Was er kommt? Zuckeree. 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 Biest. Alter, wollte ich gleich zur Stadt. Wohlwörtlich. Mann, hör auf, das Teil zu stoppen. Bro, los! Ich hab ihn einfach gejubed. Ich hab ihn 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 gejubed. Scheiße. Ich hab ihn gejubed. Ist egal. Der hat schon gejubed. Er hat schon gejubed. Er ist schon gejebt. Gejubed. Was ist das? Delka, was ist das? Nein, Mann. Ah, ok. Das ist fast ich riech. Wir machen einfach mal was jetzt an. Äh, ok. Kurz wollte meine Controller nicht bejubed. Oh, ich dachte, der beim Wissen tiefer geht. Was machst du eigentlich, ist meine Frage. Was ist das für ein Auto? Das ist einfach ein Batmobil. Haha, ich habe ihn das Tor abgeschaut. Hahaha. Was ich mal für ein Nein sehen. Das ist wirklich das eine Batmobil. Das ist dein Problem. Kann sein. Das ist ein Problem. Kann sein. Das ist mein Fehler. okay wollen wir nicht oder haben wir gegen denkt doch mach ich doch mein gott schon sagen wenn er nicht machte ich habe ein problem wird dann kann so ein berühmter mit dabei bei der mehr als halbwegs da haben es hat ein glückspilz aber okay der gas war ach so melden hier zieht ja dann können wir nicht dass man rücken ist wir haben okay nein werbung keine werbung man was macht ihr man kann man irgendwie werbung und skippen generell spot ich meine fünf werbungen sehr pinging man mal gelost ist ich weiß ich glaube von jedem gerade mit dem bus melanie melanie genau denselben denke ich das ist was man ist gar nichts jetzt schneidt mcdonald's gutschein nein mcdonald's zu preis von einer keiner mag ich habe den belastung schmelzenden cheese und der einzigartigen big mac soße in allen teilnehmenden was da muss was war das kann autokidrift mein jam das ist mein jam das ist mein jam man ich wollte ihn gerade holen die siehe die neue hat die 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 Mann und dann bist du nicht da oder was welche Vollidioten habe ich als Team kurz verstanden gar keinen Bock man weiß was du machst überhaupt endlich mal ein Tor Geht mal hier vorne okay das ist der war interessant oh mein gott ich dachte der war drin hallo muss ich es da drüge ja 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 Ah, ich glaub da einen lief gleich, oh oh. Nein, bitte, bitte, nein, nein, versuch dein Bestes, komm, Judy Toast. Yes, Melanie, Melanie. Ciao. Okay, ja, also ich glaub, ich mach noch die Letzte. Ah, okay, du spielst doch mal da, nice, Judy Toast, nice. Gut, dass du mich aufgibst. Eigentlich so gerne aufgeben, ah. Touch my money. Manchmal frag ich mich, was für einen Text da, was für einen Text haben die da, Digga? In Tokyo Drift, in Tokyo Drift Film Song. Lost, ich hab mich alle gerade geflaxt. Judy Toast. Ja, ich hab das, ich hab das letzte Tor gemacht, let's go. Ich glaub, ich hab die meisten Tore besitze gemacht. Äh, Tore, ja, ich hab die meisten. Nee, ist voll nah, weil ich dachte, er hätte mehr gemacht. Knapp, knapp, genau. Komm, schieß mal. Let's go, man. Wenn man nicht, äh, ist. Kurz seitlich gehen. Ich glaub, ich entlang auch gleich mein Stream. War, net stream jetzt gerade. Da ist halt nur eine Person reinkommen. Aber, mal sehen, was, äh, morgen kommt. Morgens stream ich auch nämlich. Vielleicht aber ist, äh, ein bisschen früher als heute. Weil, äh, morgen gehe ich mit meinem Onkel ein bisschen später halt an. Dann, äh, mit meinen Cousin, halt mit meinem Onkel kurz mal schritten fahren, wenn es halt morgen Schnee geht oder halt, äh, basketball spielen. Also, wir sehen uns dann den Stream morgen. Und, ciao. Wir sehen uns dann denìgen. Vielen Dank.